Nein, man, die sollen da mal rumgeben. So Leute, wir sind jetzt im zweiten Teil wieder am Start und Jonas, der Bastard, ist immer noch da. Jo, ich bin einfach am Start. Ja, Tobi ist immer noch da und Jonas, der Bastard, der da bau ich auch. Ja, ich mach mich gleich. Wir am rushen ist mein... Benzimmer. Ist das Benzimmer? Ja, ist Benzimmer. Was hast du jetzt eingestellt? Die haben gleich alle einen Kram für News. Was hast du jetzt eingestellt? Ich habe eingestellt klassisch. 15 Minuten, denke ich mal, und dann nochmal 15 Minuten und dann 11 Meter. Oha, Alter. Oha, nur Gelb? Das gibt nur Gelb? Ich hab den so weggeflankt, Alter. Luka Modgridge, Alter. Hä? Ich hab gar nichts gedrückt. Ich hab gar nichts gedrückt, er macht einfach irgendwas. Kannst du jetzt mal den Ball hier weghauen, bitte? Oskar! Oskar! Der Oskar! Oh, das wäre so geil. Hallo? Mach mal wieder den Prozess. Ich kann doch nicht mehr Dings Teammanagement machen. Ja, das ist die Demo, Junge. Ja, bist du behindert, dann klar kann man das machen bei Freundschaftsspiel. Wenn du nur alles von der Demo ausgehst, ne? Ja, die Demo ist eigentlich nur ein Spiel oder so. Nein! Bei FIFA 13 war das aber so. Nein, du kannst so viele Spiele machen, wie du willst. Jetzt schon mal fünftes oder so. Dann muss man eine neue Art Musik machen, wenn du kein Plan. Mach doch mal irgendwie so schwarze Humor oder so. Oder so witzig voll geht's. Ich krieg ein Kram. 105 Minuten? Warum machen sie nicht gleich drei Sekunden nach Spielzeit, ey? Es ist aber jetzt wirklich ein bisschen zu kurz. Elfmeter schießen wäre ich so verkacken, ne? Ach, denkst du ich gewinnen? Ja. Du hast immer so einen Lack besser hinspielt. Ja, genau. Wie war das, dass die Spiele ab 0 mal 8 bis 4 ab 18? Guck mal, das sind fünf Teamplayer. Hättest du den Ball jetzt reingemacht, ne? Warum passt der denn denn? Ich, ey, nee. Das ist doch nicht dein Ernst. Von der läuft einfach, er passt nicht mehr oder so, so ein Ego. So, jetzt dribbelt ich die alle aus hier. Ja, alle ausgedribbelt. Es kann einfach nicht sein, wie die Pässe nicht ankommen bei mir. Ach doch, Oskar. Zieh das mal rein! Kein Pass kommt an! Nicht einer und dann... Nee. Bei dir kommt aber auch keiner an. Ja, ich glaub, wir machen einfach... Wir halten zu kurz X. Ja, als ob. Ja, wir müssen viel länger X halten. Verpisst du dich mal, bitte? Was ist das für ein Tor, Mann, Alter? Der legt sich auch überall dazwischen hier. Der mit der gelben Karte, Alter, der hat's gemacht, du. Ach nee, nicht der... Die Motor-Säge, ey. Wie ich ihn ausgedribbelt hab. Oh, 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 oh. Ja, get rekt. Get rekt, Alter. Machen wir weg. Wir gucken sogar HD live, Alter. HD zu dem live. Oh, shit. So, jetzt drück ich das sowieso, ey. Du drückst mir gar nichts. Wie so rumhüpfen. Ja, rum. Das wäre schon irgendwie richtig aggressiv, ey. Oh. Ja, alles klar. Das war mal frei, ey. Komm, hier, komm, Video beendet. Da haben wir mal nix dazu. Das war jetzt ja richtig geil. Ich hatte ja richtig... Ich hab's schon mal geschafft. Boah, das wär so geil. Alter, der Kopf voll, der hätt's auch reingemessen. Das war so unverdient. Das war so verdient gewonnen. Nein. Das war so unverdient. Nein, ey. Ich hab so viele Torschüsse gehabt, und... Der... ging einfach nicht rein. Gönn dir! Nein! Ich spiel mal nochmal. Na, warte, ich guck mir nochmal das Tor an. Gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch, Leute. Und... Wer das nicht reinmacht, ne, ey. Denk ich mir auch so. Da ist mal einfach Tobi. Gelbe Karte vorbei. Ja, danke, dass du mich jetzt fitzen willst. Hier, wie der alles gehalten hat, ne. Gönnt ihr, gönnt ihr, wie der das hält. Ja, das war ja logisch. Wie er das hält. Das muss mehr halten. Das muss mehr halten. Nein. Scott regt sich... Nein, das wollte ich gar nicht. Scott regt sich einfach die ganze Zeit auf. Ja, ist gut, Scott, das wird keiner hören. Danke. Nein, keiner. Danke. 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 Oh, zock mal Frauen. Wieso zock ich mit Frauen? Ja, komm, lass mal Frauen zocken. Frauen? Ja, ich zock Frauen. USA oder Deutschland? Hast du jetzt auch Deutschland gehört? Es geht nur USA, Deutschland. Die Frauen sind noch nicht so bekannt. Die Frauen sind noch nicht so bekannt. Na komm, Alter. Nice. Nice. Ich nehme Deutschland. Normal, ne. Drück auf Spielen. Du brauchst kein Teammanagement bei sowas. Ach so schnell. Nein, das überspringen wir mal. Ich will das überspringen. Ach man, ich kann das doch. Leute, kann ich das irgendwie überspringen hier jetzt mal? Danke. Back in the roots, Leute. Haase Solo. Frauenliga. Bester Pass schon mal zum Anfang, Beginn. Ich ziel nach links, sie schießt nach rechts. Wissen wir Bescheid? Die Frauen, ich muss sagen, Frauen rennen aber definitiv schneller. Ja. Das könnte jetzt ein bisschen schneller. Ja, ja, doch. Ja, 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 ja. Können gut werden. Ja. Erster Angriff schon mal daneben, in die Hose gegangen. Nice. Ich dachte mir gerade so, was macht der Tormann mitten auf dem Spielfeld? Aber ist das der Schiri? Die Pässe kommen schon wieder hundertprozentig an bei den Leuten? Als ob du mir jetzt den Ball gestibitzt hast. Ja, hab ich gemacht. Jo. Er haut mich einfach um. Es passiert nichts. Jetzt mach doch mal ein Tor. Ja, bin doch schon dabei, Mann. Nicht du, ey. Doch, genau ich. Nee. Ja. Ja. Vor allem, ich gräle dich einfach nur, wenn es passiert ist. Was? Was? Bitte was? Der war so sch... Was ist das für eine Frau? Wo schießt die hin? Never. Och Leute. Was ist denn mit den Frauen los, ey? Hey, ich hab dich abgezogen. Ja, du hast mich abgezogen. Alles klar. Ja. Genau. Ja, genau. Was war das denn? Boah, der war... Der war... Die Frauen, ey, ey. Die scheuen sich einfach gar nicht, sich in den Dreck zu legen. Ja, wahrscheinlich. Tobi dämmelt mir einfach den Ball unter den Füßen weg. Das passiert aber gar nichts. Ja, solange es der Ball ist und nicht die Person. Als ob, Alter. Als ob. Was denn? Willst du dich jetzt beschweren, ne? Als ob. Ich hab hier so... Jetzt hab ich drauf gedrückt. Und die Schee ist einfach, weißt du, 10 Minuten was dauert, ey. Das ist so ein Rotz hier. Das macht so aggressiv das Spiel, ne? Jaaaa! Demmel da noch mehr! Hä? Was? Nice! Für was hab ich denn eine Tobi? Gönnt euch! Gönnt euch! Gönnt euch! Nice! Frauen! Easy! Komm! Pop! Das heißt Pop! Wer ist Pop? Das ist einfach Pop! Gönnt euch alle, wie Tobi aber nichts auf die Reihe bekommt. Ich zählt! Deutschland, ne? Leute, wissen wir Bescheid! Ja! Du musst dich einfach feiern lassen, Alter! Gleich kassiert's wahrscheinlich nur ein Tor, Alter! Du holst rum! Ja, Scott! Du musst dich stöhnen! Ist gut, Scott! Nein, Scott! Hör auf! Nein, Scott! Hör auf! Nicht gesund für dich! Scott! Alter, ist jetzt gut! Hm, er tasert sich selber! Hm, er tasert sich selber! Hm, er wurde getasert im Spiel aber stöhnen den ReLives doch rum, Alter! Ah, alles klar! Scott, du nimmst die Spiele viel zu wör... Ja, du, du nimmst die Spiele viel zu ernst. Du solltest nicht passen! Du solltest schießen! Was war das grad für'n Schuss? Loll! Achso, Halbzeit! Denkst du, ich schaffst noch ein Tor, um, äh, dieses Mal Elfmeter schießen zu machen? Ich würd' gern mal Elfmeter schießen machen! Dann lass' mir doch mal ein Tor! Oh, was ist denn das Essen her? Eine Torhüterin, ne, ey! Die macht mich fertig! Die macht mal einen Helikopter mit auf'n Spielfeld! Schockt sie einfach überhaupt nicht! Die ist einfach so rumgewandert, ne? Sie hat dann über'n Ball gehalten! Das ist geil! Das wird nicht gewinnen! Die Pässe von den Frauen kommen immer mehr an! Seh' ich! Uh, kleiner Trick hier! Jetzt trickst sie sie schon rum, du! Es bringt einfach krass! Ah, guter Pass, Leute! Weiß Bescheid, ne? Sie fällt einfach! Sie läuft am Ball vorbei! Juckt sie auch nicht! Na gut, Leute! Das gibt Gelb! Rot! Komm! Zack! Hol die Rote raus! Oh, schluck auf! Wie groß sind die? Sind die? 1,50 Meter? Hallo? So! Darf ich jetzt auch mal was drücken? Ich darf gar nix drücken! Tobi drückt, Tobi drückt aber die ganze Zeit! Ach man, ist schon wieder vorbei! 65 Minuten! Okay, Leute! Gut! Wir sehen uns dann im dritten Part! Genau! Oh, shit! Also, haut da mal schon rein! Na, ich würd' sagen, lasst nen Daumen nach oben da! Und dann sehen wir uns nachher! Jo!